Herwig Franz Schopper ist ein deutscher Physiker und ehemaliger Direktor des CERN sowie des DESY. Leben und Werk Schopper erwarb sein Physikdiplom 1949 an der Universität Hamburg, an der er 1951 promoviert wurde. Als Postdoc forschte er in Stockholm bei Lise Meitner und am Cavendish Laboratorium in Cambridge bei Otto Robert Frisch. Dort führte er 1957 eines der Experimente aus, die die Verletzung der Spiegelsymmetrie bewiesen. 1954 habilitierte er sich an der Universität Erlangen über optische Themen. In den 1950er Jahren entwickelte er mit Klaus Nitzer und Rudolf Fleischmann die erste Quelle für polarisierte Protonen, die später am Zyklotron in Karlsruhe installiert wurde. 1958 bis 1961 war er Direktor des Instituts für Kernphysik an der Universität Mainz. 1961 war er an der Cornell University bei Robert R. Wilson. 1961 bis 1973 war er Direktor der Institute für experimentelle Kernphysik der Technischen Hochschule Karlsruhe und des Kernforschungszentrums sowie ordentlicher Professor an der TH Karlsruhe. Mit einer Gruppe führte er eines der ersten Experiment am deutschen Elektrom-Synchrotron.desy in Hamburg aus. In Karlsruhe untersuchte eine von ihm initiierte Gruppe als erster in Europa superleitende Hohlraumresonatoren, was zu einer Zusammenarbeit mit dem CER entführte. In Karlsruhe war er auch an verschiedenen Beschleunigerplänen beteiligt, die aber nicht realisiert wurden. Er arbeitete 1966 bis 1967 als Gastprofessor beim CERN, wobei das sogenannte Hadron-Kalorimeter zum Nachweis von Neutronen erfunden wurde. Danach 1970 bis 1973 als Abteilungsleiter der Abteilung für Kernphysik sowie im Direktorium als verantwortlicher Direktor für die Koordination der Experimente. Vorsitzender des ISR-Komitees beim CERN von 1973 bis 1976. Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und schließlich als Generaldirektor von 1981 bis 1988. In dieser Zeit wurde am CERN der LEP genehmigt und gebaut. Von 1973 bis 1980 war er Vorsitzender des Direktoriums des Deutschen Elektronen-Synchrotrons. In dieser Zeit wurde dort der Petra-Ring gebaut. Ab 1973 war er außerdem Professor an der Universität Hamburg. Ab 1999 setzte sich Herwig Schopper für die Gründung des Internationalen Zentrums für Synchrotron-Strahlung für experimentelle Anwendungen im Nahen Osten in Jordanien unter dem Dach der UNESCO nach dem Vorbild des CERN ein. Ziel ist es sowohl die Wissenschaft im Nahen Osten zu fördern, als auch zur Friedensstiftung beizutragen. Mitgliedsländer wurden Ägypten, Bahrain, Iran, Israel, Jordanien, Palästina, Türkei und Zypern. Dem Rat von Sesame stand er seit 2003 vor. 1993 bis 2002 war er im Rat des Vereinigten Instituts für Kernforschung in Dapna. 1977 bis 1979 war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen. 1992 bis 1994 war er Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und 1994 bis 1996 der European Physical Society. Er war Mitglied verschiedener beratender Gremien der Max-Planck-Gesellschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. des Bundesministeriums für Forschung und Technologie der Europäischen Union und der UNESCO. Auszeichnungen Großes Bundesverdienstkreuz Albert Einstein Goldmedaille der UNESCO Wilhelm Exner Medaille Tate Medaille des American Institute of Physics Freundschaftsorden der Russischen Föderation Grand Cordon vom Orden der Unabhängigkeit des jordanischen Königs Abdullah II Porkin Medaille der Tschechischen Akademie der Wissenschaften Großer Sudeten Deutscher Kulturpreis Goldmedaille des Weizmann-Instituts Physikpreis der Göttinger Akademie der Wissenschaften Golden Plate Award der American Academy of Achievement Niels Bohr Medaille der UNESCO Großkreuz des Verdienstordens der Republik Zypern Goldene Ehrennadel deutsches Elektronen-Synchrotron.de E-Sy Ehrenmitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Europäische Physikalische Gesellschaft Er ist Ehrendoktor der Universitäten Erlangen, Moskau, Genf und London sowie des Joint Institute of Nuclear Research Dabner und des Institutes für Hochenergiephysik der Russischen Akademie für Wissenschaften Er ist seit 1967 Mitglied der Leopoldina Deren Karusmedaille er 1957 erhielt und weiterer deutscher und internationaler Akademien der Wissenschaften und Künste Schriften Wissenschaftlichen Veröffentlichungen Mehr als 200 Originalveröffentlichungen in Optik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik und Beschleuniger Technologie Einige der wichtigsten Arbeiten sind R. Fleischmann und H. Schopper Circular Polarisation of Gamma Rays For Approof of Parity Failure in Beta Decay Phil Mark G. Klausnitzer Fleischmann und H. Schopper and S. Galster The Circular Polarisation of Internal and External Bremsstrahlung Nucle Füß J. Halbritter H. Scholt Kneisel and H. R. M. Littauer Schopper R. R. Wilson Form Factors of Adaproton N. Neutron Füß R. E. V. LED B. R. T. L. Elastic Electron Proton Scattering N. Momentum Transfers Abto 110 F. E. R. M. I. 2 N. U. V. C. I. M. J. Engler Flauger Gebert Mönig A. Totalabsorptionsspektrometer For Energy Measurements of High Energy Particles Nucle N. S. T. R. M. E. V. Bömer Neutron Proton Elastic Scattering From 1070 G. E. V. C. Nucle Füß L. 3 Collaboration Absalon Production In Z. D. Case Füß LED B. 413 167 Und Heavy Quarkunium Production In Z. D. Case Füß LED Bay in Print Verschiedene Artikel Über Forschungspolitik Wissenschaft und Religion Wissenschaft und Gesellschaft Bücher H. Schopper Weak Interactions and Nuclear Beta Decay North Holland Publishing 1966 H. Schopper Materie und Antimaterie Pipa Verlag 1989 H. Schopper L. E. P. I. The Lord of Aecolada Rings C. E. R. N. 1980 bis 2000 Springer Verlag 2009 Herausgeber von Springer Materials Landold Bernstein Kern- und Elementarteilchenphysik Mit Herausgeber verschiedener Bücher